Das Essen ist fertig. Was meinst du? Hi. Hi. Sie müssen Terry sein. Entschuldigt, dass ich mich rar gemacht habe, aber das Essen war echt tricky. Wer sind Sie? Ich bin Dr. Sheila Gamble, seine Frau. Jetzt mal ernsthaft, wer ist das? Na, seine alte... Schätzchen, wir arbeiten hier gerade. Entschuldigt. Und du kommst hier rein, angezogen wie ein Penner. Das lenkt ab. Ich weiß, ihr arbeitet, es tut mir leid. Komm schon, ernsthaft. Komm schon, was? Wer ist das?